Ich war da nicht. Den kennt ihr auch nicht von den Ausbildern. Neuer Erfolg ausbauen. Ach, weil ich mein Haus jetzt logisch voll ausgebaut habe. Süßer, süßer, wir müssen reden. Nein, so meinte ich das nicht. Natürlich rede ich vom süßen Produkt unserer Freunde, den Bienen. Pass auf, wenn du ein paar Blumen in der Nähe deines Bienenkops hast, können deine Bienen besonderen Honig produzieren. Ansonsten produzieren sie nur gewöhnlichen Wildhonig. Ziemlich binial, oder? Ich wusste auch noch nicht. Benni? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du hast ja letztens das Bild mit dem Punkt da, was du mal machen wolltest. Punkt, was ich machen wollte? Das Bild, was du reingesetzt hast, wo du gesagt hast, dass ich zu viel verraten hatte. Ach so, ne, da habe ich gesagt, das habe ich meinen Zuschauern auch gesagt, dass ich mir zu viel verraten habe, meiner Meinung nach. So, willst du das jetzt mal kurz machen? Können wir machen. Weil ich habe eine Hartenplatte. Man kann ja eh mal nur eins finden, oder? Hm? Nein, das ist was anderes. Guckst du einfach zu. Nee. Oder die Frage ist, ob ich jetzt mit muss. Ich will nämlich eigentlich, wenn irgendjemand von uns soll, nämlich jetzt endlich mal eine Ente kaufen. Ja, guck mal eine Ente. Noch mal beides. Ja, am lieben, am besten deine Ziege. Weil wir brauchen noch, ähm, wir dürfen noch keine Ziege kaufen. Dann muss man, weil... Ich guck einfach mal, was es gibt. Ja, wo ich zuletzt geguckt habe, durften wir noch keine Ziege kaufen. So. Benni, kommst du mal zur Stadtmitte? Wo? Wo? Ich muss wieder ernten noch. Und ich würde mir ja gerne ein Zimmer mit ihm nehmen, aber er möchte ja auf die richtige Ansprache warten. Ich weiß nicht, ob ich mit Lumi ein Zimmer nehmen will. Wenn du hast unten noch nicht richtig geerntet, gell? Ich bin ja noch mitten im Ernten. Ach so. Ich dachte, du wärst jetzt mit dem Dings unterwegs, mit dem Zähl. Ich dachte, das machen wir irgendwie Mittag, oder muss man das früh machen? Nee, das ist egal wann, aber ich stehe jetzt schon hier. Aber ich bin... Aber du musst Lumi weiter anden. Nur die Lumi geht jetzt Getierbe kaufen. Ja, dann muss ich ihn noch ernten. Immer mich genau in meinem Bereich. Du wolltest ja nicht mehr tauschen. Ich wollte tauschen, aber du hast gesagt, nee, jetzt machen wir das nicht. Machen wir das jetzt auch mal. Dann gehe ich dir alles neu an. Ja, geh erstmal was anderes machen. Machen wir irgendwie Abend, gegen Abend dann nochmal. Verabredet euch doch zu ner festen Zeit. Hm. Um dieses Spiel noch ernster zu machen, als das ohnehin schon ist. Uh, uh. Ach, die Sequenz mit der Kanalisation, die hatten wir jetzt aber auch schon dreimal, oder? Ja. Mit den Kindern? Aber die irgendwie überspringen. Nee, kann da nicht so zählen mit dem Vieh. Ach so. Weil, wo jetzt hört's aber auf. Was so ist mit euch heute? Du bist los. Weil, wo schreibt, Ben, du hast doch noch, Zitat, Ben, du hast unten noch nicht richtig geerntet. Alles klar. Unten. An, Ben. Ich habe letztens eine Feldstudie durchgeführt und dieses Exemplar entdeckt. Ich hoffe, du findest es genauso interessant wie ich, Demetrius. Ich hab hier eine Nautilusmuschel bekommen. Nee, wir können noch keine Ziegen kaufen. Sag ich doch. Ich kaufe uns einen flauschigen Hasen. Wähle einen Hühnerstall für den Hasen. Hm, sehr gut. Wir haben doch einen Hühnerstall. Hm. Einen Hühnerstall für den Hasen, Ben. Wie wollen wir den Hasen nennen? Mumpy? Mumpy? Wir sind Felix, weil unser kleiner Rammler. Oh ja, das ist gut. Felix. Felix. Felix der Rammler. Ich weiß nicht, ob er noch zuhört tatsächlich gerade. Okay, die Mani hat irgendwas falsch verstanden. Das heißt nämlich sehr schön, ich sende die kleine Felix. Sofort zu ihren Leuten. Zuhause. Gut, wenigstens Ochi hält sich zurück. Tiere kaufen. Und jetzt noch eine Ente hinterher. Ente, 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 Ente. Mh, neuen Shop, weil wo was arbeitest du denn? Wollen wir die Ente Bumpy nennen? Wie wollen wir die Ente nennen? Kann ich wer für Lumi. Nö. Die Ente Lumi. Die Ente, wie klingt denn das? Dann nenn mich doch Lena. Nein. Lena ist kein schöner Name für Enten. Finde ich schon. Mh, 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 bin ganz entschieden dagegen. Maria. Gut, wir nennen sie Maria. Warum bist du gegen Leder? Das kann ich nicht verstehen. Weil ich nicht finde, dass Enten Lena heißen sind. Aber die sind so schön deppert, Enten. Ja, das sind sie. Aber Lena sind halt nicht deppert. Lena sind sehr smart. Das finde ich irgendwie schon, dass die ziemlich deppert sind. Da stehst du halt leider alleine da. Ja, hauptsache ich stehe. Benni. Nochi, als ob du schüchtern zurückhaltend, solid und brav fährst. Was ist das, Felix? Benni, willst du mal gucken, wie viele aktive und zuhörige Zuschauer du hast? Ich kann gucken, aber es wird wahrscheinlich 0 oder 1 stehen. Ja. Oh, was, was eine Frustration. 0. Tada. Tada. Lumi, wie viel stehen bei dir? Geh doch mal alle zum Ben rüber. Nee, Lumi, wie viel stehen bei dir? 5. 5. Ich mach auch noch nicht so was Interessantes. Ich mach jetzt hier Saatgut neu. Das ist ja keine Brüste. Bei mir sind nur Kerle. Wir können mich doch sicherlich hören, oder? Nee, Lumi redet immer gegen die Wand die ganze Zeit im Stream. Felix, wir hören alle immer, was du sagst. Oh mein Gott. Das haben wir dir aber von Anfang an gesagt. Echt jetzt? Ja. Von Anfang an? Von Anfang an. Das hast du auch nicht gewusst. Also ich wird jetzt hier was aus dem, ähm, ich hab jetzt letztens so ein Humble Bundle geholt. Ich verschenke doch schon einen Key, lass das nächstes Jahr machen. Nee, nee. Felix, wir sind jetzt mal, dass die Leute einfach eine Nummer sagen und er zieht dann eine random Nummer und der am nächsten dran ist, kriegt das. Genau. Einfach eine Nummer in den Chat schreiben, einer. Geht's ernsthaft? Oder dir das schon erklärt? Ja, hat er vorhin gesagt. Wo du wieder irgendwie Bier holen warst. Wirst du vorher verraten, was es für einen Key gibt? Ehm, naja, das ist was aus dieser Humble Bundle Dingens. Doch, verrat mal vorher, damit die Leute auch wissen, ob sie es haben wollen. Das wäre schon für den Weg. Ja, das passt schon. Also, ihr könnt ja, ja, ja. Hi, 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 hi to tie. Space Taxi to the Sky. Jetzt lasst den an, ich verlegen, sonst wird er nie zu irgendwas kommen. Er kommt doch nie zu irgendwas. Nicht auch nicht, weil ich versuche zuzuhören, ja? also ich würde das gibt es bei mir jetzt kommt eigenwerbung gibt es bei mir auf meinem kanal ich habe mir hier aufgeschrieben und zwischen 0 und 100 und der da am nächsten dran ist also jetzt einfach in lumis chat posten oder wortet mal bevor er warst du auch sehen den chat eben genau und deswegen also schnell dummijoin ich wiederhole das jetzt noch mal aber du wirst nicht sehr viele leute haben die es haben wollen weil weil wo hat schon mit dem habe ich gespielt und bei der anderen weiß ich also wer jetzt magiker 2 möchte tippt einfach mal eine schöne zahl ein und wer am nächsten an der von felix gedachten zahl ist bekommt magiker 2 geschenkt habt ihr gute chance jemand möchte jetzt auch gute chancen weil es sind nur fünf leute online weil wo hat schon einer davon ist wahrscheinlich felix also es gibt nur drei leute dies kriegen können wer ist noch online war das wahrscheinlich noch online erbsenzähler ist noch online ist noch online ihr drei könnt magiker 2 gewinnen also einer von euch also eine 33 prozentige chance aber ein 30 prozentige chance so und auch weil das kanal gibt es tatsächlich viel besseres magiker zwei da gibt es nämlich das best oft dazu und und weil wo macht sich damit immer wahnsinnig viel mühe wird sich auch ein best-off schneiden dachte ich ja wollte ich ich kann das aber nicht weil wo macht sich ohne scheiß was weil wo sein energie reinsteckt geht geht mal zuweilen was kanal und guckt euch machen k2 das best-off an lumi ist heute voll in der reise ja sowas von aber ich finde es auch echt gut so was ist auch noch da okay wer mir jetzt magiker 2 möchte gibt schreibt man eine zahl rein zwischen 0 und 100 zwischen 0 und 100 ihr habt sagen wir mal drei mich auf die uhr drei minuten zeit wenn da nichts reingegeben hat der der kriegt es nicht genau dann ist ja auch niemand dann gewinnt der der halt wenn es noch einer ist dann gewinnt er halt ja und wenn es keiner ist bist du traurig und gehe hier nach hause wenn du wenn es keine bildern ist es halt so haben dann müssen wir bloß noch gucken wie wir das mit dem steam key machen einfach verschicken private erbsenzählerin gibt einen tipp ab okay moment mal weil wo du darfst du hast doch magik hat zwei warum machst du mit damit er es dann verlosen kann also bei brink hat schon hat es eigentlich schon ja da hat es eigentlich schon und dann warum haben wir haben hier eine milch mit pinkem stern das habe ich jetzt mal nicht mitgekriegt weil machte irgendeine zahl von zwischen 0 und 100 wenn du wenn du nahe genug an der von felix gedachten dran bist dann bekommst du magiker 2 ach so außer ich hatte das außerdem grund auf die 69 bezogen also weil wo es nicht mitzählen er wollte einfach nur dumm sein und meine nummer spämen bei 69 ist auch eine schöne zahl was ist denn hier ein quatsch in der truhe wenn ich kommst du dann kommst du dann mal hier zu dem zu dem ding da ach so ja ich komme ich komme auch ich bin auf dem weg in der stadt meter platz schon mal angefangen ich finde euch ja dann ich muss ja den weg nicht mitlaufen und kann schon ruhig dabei sein können mit der anderen zu wenn ihr vorher schon da seid fangt schon mal okay macht auch mit wir haben jetzt ersten zählerinnen und max machen beide mit jetzt doch ach so der matze also ja was machte schon noch aber ja es sind noch warte mal was habe ich gesagt nein es sind noch es sind noch zwei ja nach dem nach dem tag ganz einfach dann müssen wir machen nach dem tag das ist eine gute idee wenn der neue tag anfängt wo ist denn die geheime notiz hier ich habe die doch irgendwo ich hab sie schon auf dem pc einmal rechts einmal runter rechts hoch rechts rechts und auch so die hasenpfote dazu scheint okay du gehst jetzt in die du gehst jetzt in die mitte von dem von dem ding und wie weit glaube ich immer bis es nicht weiter geht jetzt geht es nach rechts bis zum widerstand hast also es kann nach unten dann nach rechts dann wieder hoch woher willst du das aus dem kopf kann nach rechts und dann wieder runter oder dann nach links dummi du nach rechts runter links oder naja entweder benny du wirst jetzt aus dem kopf oder ich habe nur die ersten aus dem kopf gewusst ich muss ja nachgucken jetzt kannst du einfach ansagen ja danach ich muss ja ein dann nach links nach oben gibt keinen sinn warte mal warte mal jetzt bin ich selber durcheinander weil du schon ausgesagt hat es also den fähig zuschneider gepasst soll man mal anfangen ja fang mal an nach rechts dann nach unten dann nach rechts ja dann nach oben ja nach rechts ja nach oben nach rechts nach rechts nach links ja nach oben ja nach links ja nach oben ja nach rechts okay wir laufen wir laufen noch nach oben hast du gesagt ja nach links nach oben nach links das ergibt keinen sinn mehr geht nicht mehr okay ja jetzt müsste da sein aber theoretisch ich brauche etwas glück warum besorgst du mir nicht mit einer hasenpfote ja hier haben wurde und das kriegst du hast einen soms amulett erhalten du spürst einen glücksaure um dich herum dein glück wird dauerhaft erhöht das machen aber das kann ich nicht geben ist kein item ich habe einfach mehr glück jetzt und da hast du die ersten foto noch nein ja aber mehr glück generell ist doch geil das mache ich mal auch aber du brauchst du hast eine hasenpfote die habe ich im dann haben wir haben doch jetzt hasen kriegen wir doch regelmäßig hasenpfoten oder ich glaube nicht dass hasen einfach hasenpfoten verlieren ich glaube in diesem spiel tatsächlich schon so bein abgeworfen hier nimm mal eine pfote ich glaube ich mache nur noch nur die zwei leute mit du darfst dann langsam mal einen gewinner aussuchen ja ich will erst mal ins bett hier sonst sonst ich will auch ins bett danach können wir das gerne und wie machen wir das jetzt mit 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 verschieben muss einfach nur die nummer als der privatnachricht genau also whisper über twitch anklicken und recht darauf glaube ich dann kann es aber nicht richtig aber sagt doch mal welche nummern geboren geboten werden und was du dir aufgeschrieben hast das lustige dass das lustige ist tatsächlich weil vorrick ist ja außer konkurrent ja gut es war die 69 das war so klar ich habe hier zwei zahlen dastehen und habe die ehne schon durchgestrichen während ich das jetzt angesagt hatte dass ich mag ich gar nicht mehr ist halt echt die 69 kann sogar abfotografieren wenn wenn ihr das nicht glauben und wer ist am nächsten dran jetzt dann die erbsenzählerin erbsenzählerin du hast einen einen kopf gewonnen nein lassen wir es felix sagen das war dein stein gewinnspielen erbsenzählerin du hast einen code gewonnen von magika einzulösen auf steam ja zwei genau und jetzt muss ich eine nachricht was dann und entschicken aber ich habe nur magiker 1 tatsächlich ich habe jetzt nicht machen müssen es ist zu leid so sie freut sich kriegst jetzt sehen code da hast ja cool dein erstes gewinn felix nicht mal auf deinem eigenen kanal voll gut mein gott ich hatte letztens letzten block wo ich frei hatte quasi hatte ich ein einfach überhaupt gar kein bockt irgendwas zu streamen ich habe eigentlich die ganze zeit nur oder eben gesessenen youtube-videos angeguckt man muss ja nicht immer immer stream ja absenzählerin ist voll das coole spiel aber spielst nie mit valvorik oder mit mir oder mit felix oder mit irgendjemanden der spaß hat andere leute umzulegen richtig mit niemandem spielen der bock drauf hat andere leute zu killen oder zu trollen einfach das geht super gut und ich sehe so und ich sehe sogar absenzählerin ob das aktiviert hast du doch nicht dass die frauen ruhe jetzt ist ja weil wo es tut mir leid wenn wir gegenseitig getötet als unsere gegner nächstes mal warum hast du da oben rein die sachsbären machen wir die sachen rein die wir verarbeiten wollten ach so habe ich noch nie gemacht ich habe gesagt ja können wir machen dann machen wir nächsten stream weil freitag würde mir mehr passen eigentlich ist donnerstags der feste tag gewesen bisher aber das ist zwischen meinen zwei frühschichten habe ich eigentlich gehen dann das nicht in urlaub also freitags fast immer sehr schlecht weil ich ja meistens on tour bin ja nur was und tour du gehst und tour geil ich gehe feiern feiern so jung bist du noch ja so jung bin ich ne lumi will sich nur jung fühlen du mir einfach spaß zu feiern und macht es nicht ein alter fest dann halte ich einfach ach ich sitze die nacht schichtet sich eh bloß noch rum so bloß bereitschaft so droht falls halt wie gesagt mittwochs halt ein bisschen später als üblich das wäre die alternativen später ist ja quatsch wenn er frühschicht hat also entweder entweder mittwochs sehr früh oder donnerstag halt ab 19 uhr wäre mir 19 uhr wäre geil wenn man da zwei stunden dann kann ich in aller ruhe ins bett gehen das wäre echt perfekt genau erbsenzähler hat es verstanden spiele ist nicht mit deinen freunden freunden eigentlich nur auch wieder spaß macht du musst halt nur lernen selber ein bisschen fies zu sein entweder entweder andere leute zu töten oder es nicht so schlimm zu empfinden wenn die andere leute tüten ich nicht ausreden darf don't fuck the company lumi das ist doch auch genossen unser battle block theater tierisch etwa nicht auch was ist hat ja auch mit valvo spaß gemacht und mit rose zusammen magiker zu spielen so ist es ja nicht möchte 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 die beiden ja jetzt auch nicht okay rose schaut ja eh nicht zu aber weil du soll auch kein schlechtes wort bei rose über mich verlieren und so du tust jetzt nur so 20.000 abonnenten also nächsten stream kann ich schon verraten gibt kann ich noch ein giveaway machen ich habe so viel steaks übrigens felix hast du mitgekriegt dass es die das dlc von kursa draußen ist nee es ist heute rausgekommen 16 uhr ist der erste also ich hab's auch nie gespielt bisher ich wollte nur sagen dass heute rausgekommen also ich wurde heute war weihnachtsfeier bei uns im betrieb und wir mussten auch arbeiten und da hat die führung gemacht und ich habe mich gefühlt wie in so einem zu käfig nach haufen leute schon draußen haben auch genau wir haben echt noch vorher so gedacht so er schreibt mir noch so einen zettel bitte nicht füttern machen sollen oder wie bei wie bei hier war das final destination nee kann das nicht nie was sind die wo die leute an die scheiße kommt das hätte vielleicht mit eurem chef schwierigkeiten bringen können außerdem der aus der stadt ist sehr lustig drauf und so schreibt es lustig drauf aber ich weiß nicht ob die leute das so lustig empfunden hat ja bestimmt ja klar ein bisschen humor wo an wer da steht ich habe dann irgendeine truhe irgendwas gelegt was nicht da reingehört falls ihr irgendwo eine truhe sieht wo irgendwas da reingehört sollte mir bescheid sagen weil ich vermisse ein paar gegenstände bis vorhin gestorben vergessen aber aber seitdem halt jetzt noch mal volumi hat immer ihre sachen völlig hast ja sein schwert verlegt das war ziemlich witzig was schwer verlegt ja wenn sie das schwert aus in irgendeine truhe schmeißen es nicht mitkriegt und jetzt der schwert sucht weil sie ja nicht mal verloren hat beim sterben aber dann danach verliert weil sie nicht weiß wo es ist alles gut jetzt habe ich den faden verloren hast du wieder suchen damit es nicht fertig nehmen kannst er schreibt vorher muss ich allerdings noch zum arzt ich weiß jetzt aber nicht mehr worauf er sich bezieht was haben wir denn gesagt du hast du viel bier getrunken ist dein zuschauer du musst wissen was wir reden und was die darauf antworten könnten ja keine ahnung so ich bin hier trinken das steht mir echt im weg rum und das nervt langsam ich würde gerne mal wieder eine neue charge kaufen aber das zwei jahre alter wird soll ich halt auch keinen gästen mehr anbieten das merkt man doch gar nicht einfach im glas servieren naja wer weiß ob es noch gut schmeckt ich möchte bild es halt schon die die wo ich die marken wo ich probiert habe ich festgestellt habe dass sie noch gut sind die anderen flaschen die ich noch davon habe die habe ich jetzt aufbogen die kriegen auch wieder gäste aber die die nicht getesteten kriegen meine gäste nicht zwei jahre altes bier ja ist so nicht schlimm naja kommt auf das bier an 1 habe ich tatsächlich schon weggelehrt ich glaube in unserer wg wo ich mal gewohnt habe lag nach drei jahren ein bier rum dass sie länger da war als ich freitags unterwegs bin ach so das zog sich das narzissen haben wir nur narzissen ja bestimmt die wachsen im frühling sebastian ist da hallo ist heute ist heute sturm kann man heute dieses dieses ding ist wegen heiraten kriegen ich habe noch gefrorene träne für dich mein schatz da ist noch jede menge gefroren und tränen ich habe vorhin auch noch eine rein sortiert die du irgendwo hingeschmissen hat es zwischendurch mag der mich denn mittlerweile sein vater und seine mutter mögen mich mehr als er muss natürlich auch beim vater um seine hand anhalten beim vater um die hand nicht bei der mutter dann so hier ist er doch wieder der mann alter seemann ich kann das in deinen augen sehen es gibt ja jemand besonders in deinem herzen was für ein zufall dass ich gerade eine meerjungfrauen amelett verkaufe gibt das du weißt schon wem und übermittel so deine gefühle 5000 gold ja gut dankeschön du heiratest jetzt ernsthaft warum nicht die folge noch wenn ihr heiratet die folge ich habe ja noch keinen ehrigen den habe ich auch nicht gekauft hat aber was machst du wenn der arzt morgen sagt dass du nicht auf das zu mir gehen solltest dann hast ein problem so gucken wir doch mal wie das hier aussieht noch mal gucken wir finden da mehrjungfrauen amulett ich wollte vielleicht nicht mit mehrjungfrauen amulett durch die ganze stadt laufen oder ist ein bisschen auffällig übrigens sein schatzi läuft hier draußen rum ich habe mir schon was gegeben mir als geschenke brauche ich nicht so ich freue mich ich bin der tochter des händlers an mich besser preise kriegt familienpreise so einer bist du drei tagen ab ok durchziehen heute nicht mehr heute nicht mehr das wäre ein fieser cliffhanger das ist ein fieser kraft hat er denn nämlich heirats ring ich brauche ich riecht über eine prismatische scheibe ja gut die richtung haben wir oder prismatisch oder bei nein beides zutaten fünf iridium waren eine prismatische scheibe du brauchst jetzt in einem tag musst du den teiltag musst du nennen sonst kann ich nur einen normalen ring machen das ist kupfer war ein verfeinerter quatsch und erdkristall halt normalen ring das ist der abigail scheißegal oder du versuchst jetzt alle drei tagen noch so eine scheiß prismatische scheibe zu finden aber das sollte ja machen also eher wahrscheinlich ist es wir haben eine halbe jahre runden ja mittlerweile schon zwei gefunden wenn es jetzt eigentlich der nächste an der reihe oder aber wir haben trotzdem nur einem halben jahr gefunden das wird nicht in drei tagen bis außerdem bin ich ja gar nicht irgendwie unterwegs wo ich mich finden könnte wenn ich eine finde kriegst du so ich bin gerade in der mine aber in der mine wo bist du schon wieder ich bin nicht in der in der wüste normalen ich bin ja und der normalen so ist mein normalen regen wenn wir überhaupt ein ring haben die mir irgendwie geben können der macht schon mal in drei tagen in drei tagen eine prismatische scheibe wir haben auch nicht genug erdkristalle für den normalen wir brauchen zehn und ich haben zwei was wirklich noch brauchst du ich brauche noch acht erdkristalle erdkristalle ja das sind die braunen ja ja das sind die braunen kristalle dann gebe ich die nicht weg wenn ich welche finde deswegen haben wir den scheiß nicht zu eigentlich verkauft zwischendurch ja gut dass wir sechs stück schon haben wir haben zwei wie wir haben noch acht moment immer wir haben noch sechs stück von jedem aufgehoben nein wir haben zwei erdkristalle ja wo sind die anderen hin ich weiß dass wir die regelmäßig verkauft hat eine extra aus der kiste verkauft ich habe immer sechs stück drin gelassen ich habe keine verkauft oder wir haben solche quests aufgegeben und jemand hat vergessen sie nachzufüllen nein das kann sein wie das einfach mit normalen gibt es das ist kein unterschied immer noch ich brauche normalen erdkristalle okay wir gehen jetzt die nächsten drei tage alle drei in die mine fertig scheiß auf die farm ne ich gehe in die mine ja aber das wäre ganz gut wenn ihr vielleicht die farm dann übernimmt in der stadt also ich meine drei leute in die mine gehen dann ist die wahrscheinlichkeit höher dass wir deine erdkristalle kriegen ja deine erdkristalle auf welcher ebene hat man eine erdkristalle überhaupt ist immer überall unterschiedlich glaube ich also ich finde es ja süß dass ihr mir helfen wollt aber ich hätte halt gesagt macht ihr einfach die fahren damit die nicht verraten und dann hast du am ende keine erdkristalle und was und wie heiratest du denn dann das ist eine gute frage das ist ja auch nur die verlobungszeremonie eigentlich ne das habe ich auch noch nie erlebt wenn ihr wie vergeigt man eine heirat naja also wie gesagt ihr könnt ihr gerne helfen also für mich war es nur eine verlobungszeremonie und kein heiratsring aber heiratsantrag aber ja gehen wir doch mal irgendwie so auf 80 du musst jetzt gucken weil manchen minenabschnitten waren felix und ich schon das wahrscheinlich schon alles abgekostet ebene 1 bis 39 sonst nicht wenn du mir schon zu tief ist also gehe ich einfach in die ach scheiße dann machen wir jetzt jeden tag 1 bis 39 und fangen in unterschiedlichen stufen an wo bist du jetzt sind ja ich bin der 1 und gehe ich jetzt in die 20 felix entscheide und gehst du 30 mache ich die 20 er ist eh schon 23 oder 10 soviel wie ebenen werden wir nicht schaffen müssen wir ja auch nicht aber ich mein wenn wir ein zwei kristalle schaffen dann wäre es ja schon gut wie viele kristalle lagen einfach so rum ja die lagen aber die kriegst du glaube ich auch durch meine glück hast auch durch durch sachen die du abbaust genau du musst eh sachen abbauen damit es überhaupt nicht durch kommt ich habe mich verdrückt wieder noch ein tag oder gehst du schon ans wetben und wollte es eigentlich aufhören tatsächlich mit meinem stream reno und müssen wir uns das abschreiben actually this is sardew valley so something completely different von dota das sieht mir noch gar nicht hier im playing online mit two friends of mine hello man in the middle man in the middle don't ask me why so but we have to last day also du willst du willst jetzt aufhören yo okay hab gar kein bier getrunken mir geht's für tini canny nicht da is here you can see the difference yeah really i think it's quite the same so i barely can see the difference it's top down perspective totally the same yeah it's a it's a it's a it's a paulia what do you say you never was poli poli bei divinity of sins guckt man der offen so schräg oben das weiß ich nicht also metric ich habe kam stufe zwei erreicht ja weil du halt nie in der mine wirst ist ja kein wundern ja theoretisch na lumen